Sie spielen jetzt um eine Million Dollar. Sie haben nur drei Minuten Zeit. Denken Sie gut nach, Emily. Und es war richtig gut gemacht! Schön wach bleiben, George. Die Show läuft heute. Ist eine gute Folge. Oh, bitte nicht. Es gibt einen Knopf, den Sie... Wer sind Sie? Wieso haben Sie mich gefesselt? Ich werde Sie umbringen! Heute Nacht ist meine Spielshow. Wenn Sie richtig antworten, spielen wir weiter. Geben Sie die falsche Antwort, muss ich Ihnen ein Körperteil entfernen. Wir spielen nicht um Geld. Wir spielen um Ihr Leben. Was haben Sie getan, damit Sie das verdient haben? A. Lügen. B. Stehlen. C. Korruption. C. Morken. Ich habe nichts davon getan. Antworten Sie. Ich kann nicht. Sie schulden mir diese Antwort. Ich bin nicht der, dass Sie sagen. Antworten Sie! Was zum... Ich bin unabschuldig! Ich habe nichts getan! Was habe ich damit zu tun? Sie wissen, was Sie damit zu tun haben. Sie wissen, was Sie damit zu tun haben. Ich bin unabschuldig! Ich bin... 탁... Ich bin ein